Die Höhepunkte des Spiels. TBV Lemgo Lippe in blau gegen den VfL Gummersbach in weiß. Es wird von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel und beginnt mit dieser herausragenden Parade von Finn Zecher, der beim Gastgeber zwischen den Pfosten beginnt. Und es dauert über drei Minuten bis zum ersten Treffer dieses Spiels, erzielt von links außen Samuel Zehnder. Die Defensive des VfL Gummersbach steht exzellent. Selten gelingen die Gastgebern solche Abschlüsse aus der zweiten Reihe. Hartung kämpft vor allem die Duelle am Kreis. Brosch setzt sich durch nach diesem Anspiel von Lukas Gutecek. Und zwar im Nachfassen. Es bleibt eng, es bleibt umkämpft Mitte der ersten Hälfte. Gummersbach mit Ole Tregler bekommt heute sehr viele Spielanteile, setzt sich durch und bringt den Gast wieder in Führung. Und dann Oskar Sonnen, zuletzt ja mit sechs Treffern beim Heimsieg gegen Leipzig, findet hier die Lücke im Innenblock der Gastgeber. Gegen Ende der ersten Hälfte läuft das Spiel auseinander, auch weil die Gastgeber viele gute Möglichkeiten nicht nutzen oder an Tibor Iwanisiewicz scheitern. Schlussphase, also der ersten Hälfte. Dann dieser Treffer, aber es ist ein klarer Abstand schon. 9 zu 14, dann diese Parade von Iwanisiewicz. Es läuft gut für Gummersbach zur Pause. 11 zu 15. Rein in die zweiten 30 Minuten. Es wird das Spiel dieses Mannes und der heißt Julian Köster. Lemko immer mit zwei, drei Toren im Rückstand. Es wird trotz allem eng in diesem Spiel. Wer hält Gummersbach im Spiel? In Front wiederum er, Julian Köster mit Abstand. Der beste Mann am heutigen Abend, sowohl in der Defensive sehr, sehr gut als auch vorne treffsicher mit insgesamt sieben Treffern. Sieben Minuten vor dem Ende verkürzt Lemko dann auf einen Treffer. Sie haben mehrfach die Chance zum Ausgleich. Aber immer wieder Köster bringt den alten Abstand für die Gastgeber. Kastelic inzwischen bei Parade Nummer 10, aber die Zeit läuft weg. Zudem einige umstrittene Entscheidungen aus Sicht des TBV Lemko. Am Ende gewinnt Gummersbach auswärts in Lemko 26, 23. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.